Fünftes Kapitel Wie doch das Erfinderische leben die Träume, unserer Kindheit zu verwirklichen, sie gleichsam aus Nebelzustand, in den der Festigkeit zu überführen weiß. Hatte ich die Reize des Inkognitos, die ich jetzt kostete, indem ich noch eine kleine Weile mein dienendes Handwerk weiterbetrieb, nicht fantasieweise schon als Knabe vorweggenommen, ohne dass sonst irgendjemand von meiner Prinzlichkeit eine Ahnung hatte? Ein so lustiges wie süßes Kinderspiel. Jetzt war es Wirklichkeit geworden in dem Maße, bis zu dem Grade, dass ich für eine Frist, über die hinaus zu sorgen ich mich weigerte, nämlich für ein Jahr, den Adelsbrief eines Markgrafen sozusagen in der Tasche hatte. Ein köstliches Bewusstsein, das sich wie einst vom Augenblick des Erwachens an durch den Tag trug, wiederum ohne dass meine Umgebung, das Haus, in dem ich den blau befragten Bediensteten spielte, sich dessen im Geringsten versah. Mitfühlender Leser, ich war sehr glücklich. Ich war mir kostbar und liebte mich, auf jene gesellschaftlich nur ersprießliche Art, welche die Liebe zu sich selbst als Liebenswürdigkeit gegen andere nach außen schlagen lässt. Einen Dummkopf hätte das Bewusstsein, in dem ich wandelte vielleicht zur Bekundung von Dünkel, zu Unbotmäßigkeit und Frechheit nach oben, zu hochnäsiger Unkameradschaftlichkeit nach unten verführt. Was mich betrifft, so war meine Achtigkeit gegen die Gäste des Speisesaales nie gewinnender, die Stimme, mit der ich zu ihnen sprach, nie weich verhaltener, mein Betragen gegen diejenigen, die mich für ihren Standesgenossen hielten, die Kellnerkollegen, die Schlafgenossen im Oberstock, nie heiter, kordialer gewesen, als in jenen Tagen. Gefärbt, das mag sein, von meinem Geheimnis, umspielt von einem Lächeln, das aber dieses Geheimnis mehr hütete, als es verriet. Es hütete schon aus purer Besonnenheit, denn ich konnte wenigstens anfangs nicht unbedingt sicher sein, ob nicht der Träger meines nun wahren Namens vielleicht schon am Morgen nach unserer Ratssitzung in ernüchterter Verfassung die Abrede bereut hatte und sie zurücknehmen werde. Ich war vorsichtig genug, nicht von heute auf morgen meinen Brotgebern den Dienst aufzusagen. Im Grunde aber konnte ich meiner Sache sicher sein. Zu glücklich war Venosta über die gefundene, von mir früher als von ihm gefundene Lösung gewesen, und Zazas Magnetismus war mir gewähr seiner Treue. Ich täuschte mich nicht. Am Abend des 10. Julis hatte unsere große Verabredung stattgefunden und nicht wohl vor dem 24. konnte ich mich zu der weiteren abschließenden Begegnung mit ihm freimachen. Aber schon am 17. oder 18. sah ich ihn wieder, da er an einem dieser Abende mit seiner Freundin bei mir im Speisesaal dinierte, nicht ohne mich, indem er meine Beharrlichkeit anrief, der seinen sicher zu machen. »Nous persistons, n'est-ce pas?« raunte er mir beim Servieren zu, und was ich zurückgab, war ein so bestimmtes wie diskretes «c'est attendu». Ich bediente ihn mit einer Achtung, die im Grunde auf Selbstachtung hinauslief, und nannte Zaza, die es an schelmischem Augenspiel und heimlichem Gezwinker nicht fehlen ließ, mehr als einmal Madame la Marquise. Ein einfacher Tribut der Dankbarkeit. Danach nun hatte es nichts Leichtsinniges mehr, Monsieur Machacek zu eröffnen. Familienumstände nötigten mich, am 1. August den Dienst im St. James and Albany zu quittieren. Er wollte davon nichts hören, sagte, ich hätte den vorgeschriebenen Kündigungstermin versäumt, ich sei unentbehrlich, ich würde nach solchem Bechlaufen nie wieder eine Anstellung finden, er werde mein Salär für den laufenden Monat einbehalten, und sofort. Was er damit erreichte, war nur, dass ich mit einer scheinbar nachgiebigen Verneigung beschloss, das Haus schon vor dem ersten, und zwar sofort zu verlassen. Denn wenn die Zeit mir lang wurde bis zum Eintritt in meine neue und höhere Existenz, in Wirklichkeit war sie zu kurz, nämlich für meine Reisevorbereitungen, die Beschaffung der Ausstattung, die ich meinem Stande schuldete. Ich wusste, am 15. August ging mein Schiff, die Cap Arcona von Lissabon. Acht Tage vorher meinte ich doch, mich dahin begeben zu sollen. Und da sieht man, wie wenig die mir verbleibende Frist für die notwendigen Anfertigungen und Einkäufe ausreichte. Auch dies besprach ich mit dem zu Hause bleibenden Reisenden, als ich ihn nach der Abhebung meines Barvermögens, das heißt nach dessen Überschreibung auf seinen, auf meinen Namen, von meinem Privatrefugium aus in seiner hübschen Drei-Zimmer-Wohnung in der Rue Croix de Petit-Jean aufsuchte. Das Hotel hatte ich in aller Stille und Morgenfrühe unter verachtungsvoller Zurücklassung meiner Livree und gleichmütigem Verzicht auf meine letzte Monatslöhnung verlassen. Es kostete mich einige Selbstüberwindung dem Diener, der mir bei Venosta öffnete, meinen abgetragenen, mir längst schon widrig gewordenen Namen anzugeben, und nur der Gedanke half mir darüber hinweg, dass ich mich zum letzten Mal mit ihm zu bezeichnen hatte. Louis empfing mich mit der aufgeräumtesten Herzlichkeit und hatte nichts Eiligeres zu tun, als mir den so wichtigen Zirkularkreditbrief für unsere Reise zu überhändigen. Ein Doppelpapier, dessen einer Teil das eigentliche Kreditdokument, will sagen, die Bestätigung der Bank darstellte, dass der zu ihren Lasten reisende Abhebungen bis zur Höhe der Gesamtsumme vornehmen könne, der andere die Liste der korrespondierenden Banken in den Städten enthielt, die der Inhaber zu besuchen gedachte. In diesem Büchlein war auf der Innenseite als Mittel der Identifikation die Unterschriftsprobe des Berechtigten anzubringen, und Lulu hatte die Signatur in seiner mir so ganz geläufigen Art schon geleistet. So dann übergab er mir nicht nur das Eisenbahnbillett nach der portugiesischen Hauptstadt und die Schiffskarte nach Buenos Aires, sondern es hatte der gute Junge auch einige sehr angenehme Abschiedsangebinde für mich vorbereitet. Eine flache, goldene Remontoire-Uhr mit Monogramm, nebst feingegliederter Platinkette und schwarzseidener, ebenfalls mit dem LV in goldversehener Chatelaine für den Abend, dazu eine jener unter der Weste laufenden und zur hinteren Hosentasche führenden Goldketten, an der man damals Feuerzeug, Messer, Bleistift und ein zierliches Zigarettenetui, golden ebenfalls, zu tragen liebte. War all dies nur erfreulich, so erhob sich zu einer gewissen Feierlichkeit der Augenblick, als er mir eine genaue Kopie seines Siegelringes, die er sinnigerweise hatte anfertigen lassen, mit dem in Malachit geprägten Familienwappen einem von Türmen flankierten und von Greifen bewachten Burchtor an den Finger steckte. Diese Handlungen, ein pantomimisches, sei wie ich, erweckte zu viele Erinnerungen an bereits unserem Kindersinn vertraute Einkleidungs- und Erhöhungsgeschichten, als dass sie mich nicht eigentümlich hätte ergreifen sollen. Aber Lulus Euglern lachten verschmitzter dabei als je und zeigten recht deutlich, dass es ihm darum zu tun war, keine Einzelheit eines Juxes zu versäumen, der ihm an und für sich und ganz abgesehen von seinem Zweck den größten Spaß machte. So manches besprachen wir noch bei mehreren Gläschen Benediktiner Likör und sehr guten ägyptischen Zigaretten. Seiner Handschrift wegen machte er sich nicht die geringsten Sorgen mehr, hieß aber meinen Vorschlag sehr gut, ihm Briefe, die ich unterwegs von den Eltern empfangen würde, an seine schon feststehende neue Adresse, Sèvres, Sainte et Oise, Rue Branca, einzusenden, damit ich auf etwa vorkommende und nicht vorauszusehende Einzelheiten familiärer und gesellschaftlicher Art nach seinen Winken, wenn auch verspätet und nachträglich, einzugehen vermöchte. Was ihm noch einfiel war, dass er sich ja in der Malerei versuchte und dass ich an seiner Stelle wohl auch wenigstens gelegentlich Anzeichen davon würde an den Tag legen müssen, wie ich das nom dans nom denn machen wolle. Wir dürften, sagte ich, deswegen nicht verzagen. Und ich ließ mir sein Skizzenbuch reichen, das einige auf rauem Papier mit sehr weichem Bleistift oder Kreide ausgeführte Landschaftswischereien, außerdem mehrere weibliche Porträtköpfe, halb- und ganzakte zeigte, zu denen offenbar Sasa im Modell gestanden oder gelegen hatte. Den Köpfen, entworfen, ich möchte sagen, mit einer gewissen ungerechtfertigten Kühnheit, war Ähnlichkeit zuzugestehen, nicht viel, aber sie war vorhanden. Die Landschaftsskizzen angehend, so war ihnen etwas unkontrollierbar schattenhaftes und gegenständlich kaum erkennbares, verliehen, einfach dadurch, dass alle Linien kaum gezogen mit einem Wischutensil so gut wie aufgehoben und ineinander genebelt waren. Künstlerische oder auch schwindelhafte Methode, ich bin nicht berufen, das zu entscheiden. Wohl aber entschied ich sofort, ob es nun Mogelei zu nennen war oder nicht, ich es jedenfalls auch könne. Ich erbat mir einen seiner weichen Stifte, dazu das mit einer von vielem Gebrauch schon ganz geschwärzten Filzkappe versehene Stäbchen, womit er seinen Produkten die Weihe der Unklarheit gab, und zeichnete, nachdem ich flüchtig in die Luft geblickt, stümperhaft genug eine Dorfkirche mit vom Sturme gebeuchten Bäumen daneben, in dem ich aber schon während der Arbeit die Kinderei mit dem Filzwisch in lauter Genialität hüllte. Louis schien etwas betreten, als ich ihm das Blatt zeigte, doch auch erfreut und erklärte, dass ich mich unbedenklich damit sehen lassen könne. Um seine Ehre Willen beklagte er es, dass mir keine Zeit blieb, nach London zu fahren, um mir bei dem berühmten Schneider Paul, den er selbst oft beschäftigte, die notwendigen Anzüge, den Frack, den Gehrock, den Cutaway mit feingestreiftem Beinkleid, die hellen, dunklen, marineblauen Sakkos machen zu lassen, zeigte sich aber desto angenehmer berührt von meiner genauen Kenntnis dessen, was mir Not tat an standesgemäßer Äquipierung mit leinerner und seidener Leibwäsche, allerlei Schuhwerk, Hüten und Handschuhen. Vieles davon hatte ich Muße mir noch in Paris anzuschaffen, ja hätte ganz gut ein paar sogleich benötigte Anzüge noch hier in Maßarbeit geben können, verzichtete aber auf diese Umständlichkeit mit der frohen Begründung, dass eine, auch nur leidliche Konfektion sich an mir ausnehme, wie teuerstes Maßwerk. Die Beschaffung eines Teils des erforderlichen, besonders der weißen Tropengarderobe, wurde bis Lissabon verschoben. Ben Oster überließ mir für meine Pariser Einkäufe ein paar hundert Franken, welche die Eltern ihm für seine Reiseadjustierung zurückgelassen und vermehrte sie um einige weitere hundert von dem Kapital, das ich ihm zugebracht. Aus freiem Anstand versprach ich, ihm diese Gelder aus meinen Ersparnissen während der Reise zurück zu erstatten. Sein Skizzenbuch, Zeichenstifte und den hilfreichen Wischer gab er mir auch, ein Päckchen Visitenkarten mit unserem Namen und seiner Adresse obendrein. Umarmte mich, indem er mich unter unbändigem Lachen auf den Rücken klopfte, wünschte mir die erdenklichste Schwelgerei in neuen Eindrücken und entließ mich so in die Weite. Zwei Wochen und wenige Tage noch geneigter Leser, und ich rollte ihr entgegen, dieser Weite, wohl installiert in einem spiegelgeschmückten, grauplüschenen Halbcoupé 1. Klasse des Nord-Süd-Express. Am Fenster den Arm auf die Klapplehne der Sofabank gestützt, das Hinterhaupt am Spitzenschutz der bequemen Rückenlehne, ein Bein über das andere geschlagen, gekleidet in wohlgebügelten, englischen Flanell mit hellen Gamaschen über den Lackstiefeln. Mein dichtgepackter Kajütenkoffer war aufgegeben, mein Handgepäck aus Kalbs- und Krokodilleder, durchaus mit dem eingepressten Monogramm L.D.V. und der neunzackigen Krone versehen, lag über mir im Netz. Mich verlangte nach keiner Beschäftigung, keiner Lektüre, zu sitzen und zu sein, was ich war, welcher Unterhaltung sonst noch bedurfte es. Sanft und träumerisch war meine Seele davon bewegt, aber derjenige würde fehlgehen, der glaubte, meine Zufriedenheit habe allein oder auch nur vorwiegend dem Umstand gegolten, dass ich nun so sehr vornehm war. Nein, die Veränderung und Steuerung meines abgetragenen Ich überhaupt, dass ich den alten Adam hatte ausziehen und in einen anderen hatte schlüpfen können, dies eigentlich war es, was mich erfüllte und beglückte. Nur fiel mir auf, dass mit dem Existenzwechsel nicht allein köstliche Erfrischung, sondern auch eine gewisse Ausgeblasenheit meines Inneren verbunden war. Insofern nämlich, als ich alle Erinnerungen, welche meinem ungültig gewordenen Dasein angehörten, aus meiner Seele zu verbannen hatte. Wie ich hier saß, hatte ich auf sie kein Anrecht mehr, was gewiss kein Verlust war, meine Erinnerungen. Es war ganz und gar kein Verlust, dass sie nicht mehr die meinen zu sein hatten. Nur war es nicht ganz leicht, andere, die mir jetzt zukamen, mit einiger Genauigkeit an ihre Stelle zu setzen. Ein eigentümliches Gefühl von Gedächtnisschwäche, ja Gedächtnislehre, wollte mich ankommen in meinem luxuriösen Winkel. Ich bemerkte, dass ich nichts von mir wusste, als dass ich meine Kindheit und erste Jugend auf einem Edelsitz im Luxemburgischen verbracht hatte und höchstens ein paar Namen wie Radikül und Minim verliehen in meiner neuen Vergangenheit einige Präzision. Ja, wollte ich mir auch nur das Ansehen des Schlosses, in dessen Mauern ich aufgewachsen war, genauer vor Augen führen, so war ich genötigt, die Abbildungen englischer Castles auf dem Porzellan zu Hilfe zu nehmen, von dem ich einst in niedriger Daseinsform die Speisereste abzustreifen gehabt hatte, was einem ganz unzulässigen Hineintragen abgelegter Erinnerungen, in die mir nun allein Zustehenden gleichkam. Solche Erwägungen oder Betrachtungen gingen dem Träumer durch den Sinn beim rhythmischen Stampfen und Eilen des Zuges, und keineswegs sage ich, dass sie mir Kummer bereiteten. Im Gegenteil, jene innere Leere, die verschwommene Ungefährheit meiner Erinnerungen, vereinigten sich, wie mir schien, auf eine gewisse melancholisch schickliche Weise mit meiner Vornehmheit. Und gern erlaubte ich ihnen, dem Blick, mit dem ich vor mich hinsah, einen Ausdruck stillverträumter, sanft-schwermütiger und nobler Unwissenheit zu verleihen. Der Zug hatte Paris um sechs Uhr verlassen. Die Dämmerung sank, das Licht ging an, und noch schmucker erschien darin meine Privatbehausung. Der Schaffner, schon höher an Jahren, erbat sich die Erlaubnis zum Eintreten durch sachtes Klopfen, legte salutierend die Hand an die Mütze und wiederholte die Ehrenbezeigung, als er mir meine Fahrkarte zurückgab. Dem biederen Manne, dem eine loyale und bewahrende Gesinnung vom Gesichte zu lesen war, und der auf seinem Gang durch den Zug mit allen Schichten der Gesellschaft, auch mit ihren fragwürdigen Elementen, in dienstliche Berührung kamen, tat es sichtlich wohl, in mir ihre wohlgeraten Vornehme, das Gemüt durch bloße Anschauung reinigende Blüte zu grüßen. Wahrhaftig brauchte er sich keine Sorge, um mein Fortkommen zu machen, wenn ich nicht mehr sein Passagier sein würde. Für meinen Teil ersetzte ich die menschliche Erkundigung nach seinem Familienleben durch ein hultvolles Lächeln und Nicken von hoch zu nieder, das ihn gewiss in seiner erhaltenen Sinnesart bis zur Kampfbereitschaft bestärkte. Auch der Mann, welcher Platzkarten für das Dinner im Speisewagen anzubieten hatte, meldete sich durch behutsames Klopfen. Ich nahm ihm eine Nummer ab und da wenig später draußen ein Gong zur Mahlzeit rief, zog ich zwecks einiger Erfrischung meine wohl eingerichtete Handtasche für den Nacht- und Toilettenbedarf zu Rate, verbesserte vor dem Spiegel den Sitz meiner Krawatte und begab mich ein paar Wagen weiter zum Waggon-Restaurant, in dessen korrekter Vorsteher mich unter einladendem Gestenspiel zu meinem Platz geleitete und mir den Stuhl unterschob. An dem Tischchen saß bereits mit den Hors d'œuvre beschäftigt ein älterer Herr, zierlich von Figur etwas altmodisch gekleidet, mir schwebt ein Vatermörder ähnlicher Kragen vor, den er trug, und mit grauem Bärtchen, der, als ich ihm artig den Abendgruß bot, mit Sternenaugen zu mir aufblickte. Ich bin außerstande zu sagen, worauf eigentlich das Sternenartige seines Blicks beruhte. Waren seine Augensterne besonders hell, milde, strahlend? Gewiss, das waren sie wohl, aber waren es darum schon Sternenaugen? Augenstern ist ja ein geläufiges Wort, aber da es nur etwas Physisches, sachlich bei Namen nennt, deckte sich keineswegs mit der Bezeichnung, die sich mir aufdrängte, da doch etwas eigentümlich Moralisches im Spiele sein muß, wenn aus Augensternen, die jeder hat, Sternenaugen werden sollen. Ihr Blick wich nicht so bald von mir. Er begleitete mein Niedersitzen, hielt den Meinen fest, und während er anfangs nur in einem Schauen von sanftem Ernst bestanden hatte, er blinkte nach kurzem ein gewissermaßen zustimmendes, oder soll ich sagen beifälliges Lächeln darin, begleitet ihm Bärtchen von einem schmunzeln des Mundes, der, sehr verspätet, als ich schon saß und nach der Menükarte griff, meinen Gruß erwiderte. Es war gerade, als hätte ich diese Höflichkeit verabsäumt, und der Sternenäugige ginge mir darin mit belehrendem Beispiel voran, Unwillkürlich wiederholte ich also »Bonsoir, Monsieur«, er aber schloss darin die Worte »Ich wünsche recht guten Appetit, mein Herr«, mit dem Zusatz »Ihre Jugend wird es daran nicht fehlen lassen.« Bedenkend, dass ein Mann mit Sternenaugen sich an ungewöhnlichem Dies und Das erlauben könne, erwiderte ich mit einer lächelnden Verbeugung, übrigens schon der Platte mit Ölsardinen, Gemüsesalat und Sellerie zugewandt, die man mir anbot. Da ich Durst hatte, gab ich eine Flasche Ale in Auftrag, dass der Graubart nun wieder, ohne den Vorwurf, unerbetene Einmischung zu scheuen, mit einigen Worten gut hieß. »Sehr vernünftig«, sagte er, »sehr vernünftig, dass Sie sich ein kräftiges Bier zum Abendessen bestellen, das beruhigt und fördert den Schlaf, während Wein meist erregend wirkt und den Schlaf beeinträchtigt. Es sei denn, dass man sich schwer damit betrinkt.« »Was sehr gegen meinen Geschmack wäre?« »Ich nahm es an. Übrigens wird nichts uns hindern, unsere Nachtruhe beliebig zu verlängern. Wir werden nicht vor Mittag in Lisboa sein, oder? Liegt Ihr Ziel näher?« »Nein, ich fahre bis Lissabon. Eine weite Reise. Wohl die weiteste, die Sie bisher unternahmen? Aber eine verschwindende Strecke«, sagte ich, ohne seine Frage direkt zu beantworten, im Vergleich mit all denen, die noch vor mir liegen. »Sieh da«, versetzte er und stutzte scherzhaft beeindruckt mit Kopf und Brauen, »Sie sind darauf und daran, eine ernstliche Inspektion dieses Sternes und seiner gegenwärtigen Bewohnerschaft vorzunehmen?« Seine Bezeichnung der Erde als Stern tat es mir sonderbar an, im Zusammenhang mit der Beschaffenheit seiner Augen. Dazu erregte mir gleich das Wort »gegenwärtig«, dass er der Bewohnerschaft beigab, ein Gefühl bedeutsamer Weitläufigkeit. Und dabei hatte seine Redeweise, nebst dem sie begleitenden Minenspiel, viel von der Art, in der man zu einem Kinder, allerdings einem sehr Feinen spricht, etwas Zartnäckisches. In dem Bewusstsein, noch jünger auszusehen als ich war, ließ ich es mir gefallen. Er hatte die Suppe abgelehnt und saß müßig mir gegenüber, höchstens damit beschäftigt, sich von seinem Wischi-Wasser einzuschenken, was mit Vorsicht zu geschehen hatte, da der Wagen stark rüttelte. Ich hatte vom Essen nur etwas verdutzt zu ihm aufgeblickt, ohne auf seine Worte weiter einzugehen. Aber offenbar wünschte er, die Konversation nicht abreißen zu lassen, denn er fing wieder an. Nun, soweit ihre Reise sie immer führen möge, sie sollten den Anfang davon nicht auf die leichte Achsel nehmen, nur weil er eben bloß ein Anfang ist. Sie kommen in ein sehr interessantes Land, von großer Vergangenheit, dem jede Reiselust Dank schuldet, da es ihr in früheren Jahrhunderten so manche Wege zuerst geöffnet hat. Lissabon, in dem sie sich hoffentlich nicht zu flüchtig umsehen werden, war einmal die reichste Stadt der Welt, dank jenen Entdeckungsfahrten. Schade, dass sie nicht 500 Jahre früher dort vorgesprochen haben. Sie hätten es damals eingehüllt gefunden, in den Duft der Gewürzwaren, überseischer Reiche und hätten es Goldscheffeln sehen. An all dem schönen Außenbesitz hat die Geschichte betrübliche Reduktionen vorgenommen, aber, sie werden sehen, reizvoll sind Land und Leute geblieben. Ich nenne die Leute, weil doch in aller Reiselust ein Guteilverlangen steckt, nach nie erfahrener Menschlichkeit, ein Guteil von Neubegierde in fremde Augen, fremde Physionomien zu blicken, sich an einer unbekannten menschlichen Körperlichkeit und Verhaltungsweise zu erfreuen. Oder, wie meinen Sie? Was sollte ich meinen? Zweifellos werde er Recht haben, sagte ich, wenn er die Reiselust zum Teil auf diese Art Neugier oder Neubegierde zurückführte. So werden sie, fuhr er fort in dem Lande, dem sie entgegenfahren, einer durch ihre Kunterbundheit recht unterhaltenen Rassenmischung begegnen. Gemischt war schon die Urbevölkerung, Ibera, wie Sie natürlich wissen, mit keltischem Einschlag. Aber im Lauf von 2000 Jahren haben Phönizier, Karthager, Römer, Vandalen, Sweven und Westgoten, dazu besonders die Araber, die Mauren, mitgearbeitet, den Typ zu schaffen, der sie erwartet. Einen netten Zuschuss von Negerblut nicht zu vergessen, von den vielen schwarzhäutigen Sklaven her, die eingeführt wurden zu der Zeit, als man die ganze afrikanische Küste besaß. Sie dürfen sich nicht wundern, über eine gewisse Qualität des Haares, gewisse Lippen, einen gewissen melancholischen Tierblick, die wohl einmal auftreten. Aber das maurisch-berberische Rassenelement, so werden sie finden, wiegt entschieden vor, aus einer langen Periode arabischer Herrschaft. Das Gesamtresultat ist ein nicht eben reckenhafter, aber recht liebenswürdiger Schlag, dunkelhaarig, von etwas gelblicher Haut und eher zierlich von Statur, mit hübschen, intelligenten, braunen Augen. »Ich freue mich aufrichtig«, sagte ich und fügte hinzu, »darf ich fragen, mein Herr, ob Sie selbst ein Portugiese sind?« »Lieber Krull, ich habe Ihnen da von einem Konflikt mit meinen Eltern gesprochen, einem für beide Teile sehr schmerzlichen. An der schuldigen Pietät und Achtung, hoffe ich, habe ich es dabei in meinen Ausdrücken nicht fehlen lassen, noch an der Dankbarkeit, die mir trotz allem Ihre liebende Fürsorge einflößt, nicht zuletzt das großzügige Angebot, womit Sie diese Fürsorge bekunden, möge es auch den Charakter einer Auflage eines Zwangsangebotes tragen. Nur meine besondere Lage macht ja diese Einladung zu einer Weltreise mit allen Bequemlichkeiten, zu einer so unerträglichen Zumutung, dass ich kaum verstehe, wie ich schließlich doch darauf eingehen konnte. Für jeden anderen jungen Mann, sei er von Familie oder aus guter Familie, wäre diese Einladung ja ein in allen Farben der Neuigkeit und des Abenteuersspielen des Himmels Geschenk. Ich selbst, selbst ich in meiner Lage, ertappe mich zuweilen dabei, ertappe mich wie auf einem Verrat an Sasa und unserer Liebe, dass ich mir in meiner Fantasie die bunten Reize eines solchen Reisejahres ausmale, die Fülle der Gesichte, Begegnungen, Erfahrungen, Genüsse, die es unzweifelhaft mit sich brächte. Wäre man für all das nur empfänglich, bedenken Sie, die weite Welt, der Orient, Nord- und Südamerika, Ostasien. In China soll man Dienerschaft die Fülle haben. Ein europäischer Junggeselle hat ihrer ein Dutzend. Einer ist nur dafür da, ihm die Visitenkarten voranzutragen. Er läuft damit vor ihm her. Von einem tropischen Sultan habe ich gehört, dass er bei seinem Sturz vom Pferde die Vorderzähne eingebüßt hat und sich hier in Paris goldene Zähne hat machen lassen. Mitten in jedem davon ist ein Brillant eingesetzt. Seine Geliebte geht in Nationaltracht, das heißt, um die Beine hat sie ein kostbares Tuch geschlungen, vorn geknotet unter den biegsamsten Hüften, denn überhaupt ist sie schön wie ein Märchen. Um den Hals trägt sie drei, vier Reihen Perlen und darunter ebenso viele Reihen Brillanten von Fabelgröße. Haben Ihre verehrten Eltern es Ihnen beschrieben? Nicht gerade Sie. Sie waren ja nicht da. Aber ist es nicht sehr wahrscheinlich und ganz wie man es sich vorstellt? Besonders die Hüften, ich sage Ihnen, bevorzugten Gästen, Gästen von Distinktion soll der Sultan seine Geliebte gelegentlich abtreten. Auch das habe ich natürlich nicht von meinen Eltern. Die wissen gar nicht, was sie mir mit der Weltreise alles bieten. Aber muss ich Ihnen bei noch so viel Unempfänglichkeit nicht theoretisch sehr dankbar sein für Ihre großzügige Auflage? Unbedingt, Marquis. Aber Sie übernehmen meine Rolle, sprechen sozusagen mit meinem Munde. Es wäre ja an mir, Sie nach Möglichkeit mit dem Gedanken der von Ihnen so verabscheuten Reise zu versöhnen, nämlich durch den Hinweis auf alle die Vorteile, die sie Ihnen böte, Ihnen bieten wird. Und während Sie telefonierten, nahm ich mir vor, gerade diesen Versuch zu machen. Sie hätten tauben Ohren gepredigt und hätten Sie mir hundertmal gestanden, wie sehr Sie mich beneiden, allein um die Hüften. Beneiden? Nun, Marquis, das ist nicht ganz richtig. Der Neid hätte mich nicht inspiriert bei meinen gut gemeinten Vorhaltungen. Ich bin nicht sonderlich reiselustig. Was braucht ein Pariser in die Welt zu gehen? Sie kommt ja zu ihm. Sie kommt zu uns ins Hotel und wenn ich um die Zeit des Theaterschlusses auf der Terrasse des Café de Madrid sitze, so habe ich sie bequem zur Hand und vor Augen. Ich brauche Ihnen das nicht zu beschreiben. Nein, aber bei dieser Blasiertheit haben Sie sich zu viel vorgenommen, wenn Sie gedachten, mir die Reise plausibel zu machen. Lieber Marquis, ich versuche es trotzdem. Wie sollte ich nicht darauf sinnen, mich für Ihr Vertrauen erkenntlich zu erweisen? Ich habe schon daran gedacht, Ihnen vorzuschlagen, Mademoiselle Sasa einfach auf die Reise mitzunehmen. Unmöglich, Krull, wo denken Sie hin? Sie meinen es gut, aber wo denken Sie hin? Sasas Kontrakt mit den Folli Musical lasse ich beiseite. Kontrakte kann man brechen. Aber ich kann nicht mit Sasa reisen und sie zugleich verstecken. Ohnehin hat es seine Schwierigkeiten, eine Frau, mit der man nicht verheiratet ist, durch die Welt zu führen. Aber ich wäre ja auch nicht unbeobachtet. Meine Eltern haben Beziehungen da und dort zum Teil offizieller Art und unvermeidlich würden sie erfahren, wenn ich durch das Mitnehmen Sasas die Reise um ihren Sinn und Zweck brächte. Sie wären außer sich. Sie würden mir die Kreditbriefe sperren. Da ist zum Beispiel ein längerer Besuch auf einer argentinischen Estancia vorgesehen, bei einer Familie, deren Bekanntschaft die Eltern einmal in einem französischen Bade gemacht haben. Soll ich Sasa wochenlang allein in Buenos Aires zurücklassen, allen Gefahren dieses Pflasters ausgesetzt? Ihr Vorschlag ist indiskutabel. Ich wusste es beinahe, als ich ihn machte. Ich ziehe ihn zurück. Das heißt, Sie lassen mich im Stich. Sie ergeben sich für mich darein, dass ich allein reisen muss. Sie haben sich gut ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich muss reisen und will da bleiben. Das heißt, ich muss nach dem unvereinbaren Trachten zugleich zu reisen und da zu bleiben. Das heißt wiederum, ich muss mich verdoppeln. Mich zweiteilen. Ein Teil von Louis Venosta muss reisen, während der andere in Paris bei seiner Sasa bleiben darf. Ich lege Wert darauf, dass dies der Eigentliche wäre. Kurzum, die Reise müsste nebenher laufen. Louis Venosta müsste hier und dort sein. Folgen Sie dem Ringen meiner Gedanken? Ich versuche es, Marquis. Mit anderen Worten, es müsste so aussehen, als ob Sie reisten in Wirklichkeit, aber blieben Sie zu Hause. Verzweifelt richtig. Verzweifelt darum, weil niemand aussieht wie Sie. In Argentinien weiß niemand, wie ich aussehe. Ich habe nichts dagegen, anderwärts anders auszusehen. Es wäre mir geradezu lieb, wenn ich dort besser aussähe als hier. So müsste also Ihr Name reisen, verbunden mit einer Person, die nicht Sie wäre. Die aber nicht die erstbeste sein dürfte. Das will ich meinen. Man könnte da nicht wählerisch genug sein. Er schenkte sich voll ein, trank in großen Schlucken aus und setzte das Glas nachdrücklich auf den Tisch. Kroll, sagte er, was an mir liegt, meine Wahl ist getroffen. So rasch, bei so wenig Umschau. Wir sitzen uns hier doch schon eine ganze Weile gegenüber. Wir? Was haben Sie im Sinn? Kroll, wiederholte er, ich nenne Sie bei Ihrem Namen, der der Name eines Mannes aus guter Familie ist und den man natürlich auch nur vorübergehend nicht leicht verleuchnet, selbst wenn man dafür das Ansehen eines Mannes von Familie gewinnt. Wären Sie dazu fähig, einem Freund aus der Not zu helfen? Sie haben mir gesagt, Sie seien nicht reiselustig, aber geringe Reiselust. Vielleicht fällt die ins Gewicht gegen meinen Horror, Paris zu verlassen. Sie haben mir auch gesagt, ja, wir sind übereingekommen. Was ich meinen Eltern versprochen, das nehme keiner mehr ab. Wie, wenn Sie es mir abnehmen? Mir scheint, lieber Marquis, Sie verlieren sich im Fantastischen. Warum? Und warum sprechen Sie vom Fantastischen wie von einer Ihnen vollkommen fremden Sphäre? Es ist doch mit Ihnen etwas Besonderes, Kroll. Ich nannte Ihre Besonderheit intrigierend. Ich nannte sie schließlich sogar geheimnisvoll. Wenn ich dafür fantastisch gesagt hätte, könnten Sie mir böse sein? Nein, doch, da Sie es nicht böse meinen. Nichts weniger als das, und darum können Sie auch nicht böse darüber sein, dass Ihre Person mich auf diesen Gedanken gebracht hat, dass während dieser unserer Begegnung meine Wahl, meine sehr wählerische Wahl, auf Sie gefallen ist. Auf mich, als auf denjenigen, der draußen ihren Namen führen, Sie darstellen, in den Augen der Leute Sie sein soll, der Sohn Ihrer Eltern, nicht nur von der Familie, sondern Sie selbst. Haben Sie sich das überlegt, wie es überlegt zu werden verdient? Wo ich wirklich bin, bleibe ich ja, der ich bin. Aber in der Welt draußen sind Sie ein anderer, nämlich ich. Man sieht sie in mir. Sie treten mir Ihre Person ab für die Augen der Welt. Wo ich wirklich bin, sagen Sie. Aber wo wären Sie wirklich? Würde das nicht etwas ungewiss, wie für mich, so für Sie sein? Und wenn diese Ungewissheit mir recht sein könnte, wäre sie es auch Ihnen? Wäre es Ihnen nicht unbehaglich, nur sehr lokal, Sie selbst zu sein, in der übrigen Welt aber, also überwiegend, als ich durch mich, in mir zu existieren? Ich war es. Ich war außerordentlich gepackt, schon jetzt und dann in immer wachsendem Maß. Mit so gespannter, mein innerstes erfüllender Anteilnahme hörte ich diesem Manne zu, dass ich fast das ganze Essen darüber vergaß. Man bot mir die Schüsseln und ich nahm davon auf meinen Teller, führte auch wohl einen Bissen zum Munde, hielt aber dann die Kiefer still, um seinen Worten zu lauschen, indem ich, Gabel und Messer untätig in Händen, in sein Gesicht seine Sternenaugen blickte. Ich kann die Aufmerksamkeit nicht nennen, mit der meine Seele das, was er in der Folge noch sagte, in sich sog. Aber wäre ich ohne sie, ohne diese Inständigkeit der Aufnahme, wohl heute, nach so vielen Jahren imstande, dieses Tischgespräch wenigstens in seinen Hauptpunkten fast wörtlich, ich glaube, ganz wörtlich wiederzugeben? Er hatte von Neugier, einer Neubegier gesprochen, die den wesentlichen Bestandteil der Reiselust bilde und schon darin hatte, so erinnerte ich mich, etwas eigentümlich Herausforderndes, ins Gefühl Dringendes gelegen. Gerade diese Art von Provokation und Berührung heimlichster Fiebern sollte sich im Verlauf seiner Reden und Auskünfte bis zur berauschenden Unermesslichkeit des Reizes steigern, obgleich er ständig sehr ruhig, kühl, gemessen, zuweilen mit einem Lächeln auf den Lippen sprach. Ob ihm noch eine ebenso lange Frist bevorsteht, dem Leben? Fuhr er fort, wie die, die hinter ihm liegt, kann niemand sagen. Seine Zähigkeit ist freilich enorm, besonders in seinen untersten Formen. Wollen Sie glauben, dass die Spuren gewisser Bakterien die unbehagliche Temperatur des Weltraums, minus 200 Grad, volle sechs Monate aushalten, ohne zugrunde zu gehen? Das ist bewundernswert. Und doch sind Entstehung und Bestand des Lebens an bestimmte, knapp umschriebene Bedingungen gebunden, die ihm nicht alle Zeit geboten waren, noch alle Zeit geboten sein werden. Die Zeit der Bewohnbarkeit eines Sternes ist begrenzt. Es hat das Leben nicht immer gegeben und wird es nicht immer geben. Das Leben ist eine Episode und zwar, im Maßstabe der Äonen, eine sehr flüchtige. Das nimmt mich ein für dasselbe, sagte ich. Das Wort dasselbe gebrauchte ich aus purer Erregung und weil mir daran lag, mich über den Gegenstand formell und buchdeutsch auszudrücken. Es gibt da, setzte ich hinzu, ein Liedchen. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Ich habe es früh erklingen hören und immer gern gehabt, aber durch ihre Worte von der flüchtigen Episode nimmt es nun freilich eine ausgedehntere Bedeutung an. Und wie das Organische sich beeilt hat, sprach Kuckuck weiter, seine Arten und Formen zu entwickeln, gerade als ob es gewusst hätte, dass das Lämpchen nicht ewig glühen wird. Besonders gilt das für seine Frühzeit. Im Kambrium, so nennen wir die unterste Erdschicht, die tiefste Formation der paläozoischen Periode, steht es um die Pflanzenwelt freilich noch dürftig. Seetange, Algen, weiter kommt nichts vor. Das Leben stammt aus dem Salzwasser, dem warmen Urmeer, müssen sie wissen. Aber das Tierreich ist da sofort nicht nur durch einzellige Urtiere, sondern durch Holtiere, Würmer, Stachelhäuter, Gliederfüßler vertreten. Das will sagen, durch sämtliche Stämme, mit Ausnahme der Wirbeltiere. Es scheint, von den 550 Millionen Jahren hat es keine 50 gedauert, bis die ersten Wertebraten aus dem Wasser an Land gingen, von dem damals schon einiges bloß lag. Und dann ist es mit der Evolution der Aufspaltung der Arten dermaßen vorangegangen, dass nach bloßen 250 weiteren Jahrmillionen die ganze Arche nur einschließlich der Reptilien da war. Nur die Vögel und Säugetiere standen noch aus. Und das alles vermöge der einen Idee, die die Natur in anfänglichen Zeiten fasste und mit der zu arbeiten sie bis hin zu Menschen nicht abgelassen hat. Ich bitte recht sehr, mir dieselbe zu nennen. Oh, es ist nur die Idee des Zellenzusammenlebens, nur der Einfall, das glasig-schleimige Klümpchen des Urwesens, des Elementarorganismus nicht allein zu lassen, sondern anfangs aus wenigen davon, dann aus Abermillionen, übergeordnete Lebensgebilde, Vielzeller, Großindividuen herzustellen, sie Fleisch und Blut bilden zu lassen. Was wir das Fleisch nennen und was die Religion als schwach und sündig als der Sünde bloß missbilligt, ist ja nichts als eine Ansammlung organisch spezialisierter Kleinindividuen, Vielgezelligkeitsgewebe. Mit wahrem Eifer hat die Natur in diesem ihre eine, ihre teure Grundidee verfolgt, mit Übereifer zu weilen. Ein paar Mal hat sie sich dabei zu Ausschweifungen hinreißen lassen, die sie reuten. Tatsächlich hielt sie schon bei den Säugetieren, als sie noch eine Wucherung von Leben zuließ, wie den Blauwal, groß wie zwanzig Elefanten, ein Monstrum auf Erden gar nicht zu halten und zu ernähren. Sie schickte es ins Meer, wo es nun als riesige Trantonne mit zurückgebildeten Hinterbeinen, Flossen und Ölaugen, seiner Daseinsmasse zu mäßiger Freude, Jagdwild der Fettindustrie in unbequemer Lage, seine Jungen säugt und Krebschen schlingt. Aber viel früher schon, anfangs des Mittelalters der Erde, Triasformation, lange bevor ein Vogel sich in die Lüfte schwang oder ein Laubbaum grünte, finden wir ungeheuer Reptile, die Dinosaurier, Burschen von einer Raumbeanspruchung, wie sie hinieden, nicht schicklich ist. So ein Individuum war hoch wie ein Saal und lang wie ein Eisenbahnzug. Es wog 40.000 Pfund. Sein Hals war wie eine Palme und der Kopf im Verhältnis zum Ganzen lächerlich klein. Dieses übermäßige Körpergewächs muss Stroh dumm gewesen sein. Übrigens gutmütig, wie die Unbehilflichkeit es mit sich bringt. Also wohl nicht sehr sündig, trotz so vielem Fleisch? Aus Dummheit wohl nicht. Was soll ich Ihnen noch von den Dinosauriern sagen? Vielleicht dies. Sie hatten eine Neigung zum Aufrechtgehen. Und Kuckuck richtete seine Sternenaugen auf mich, unter deren Blick etwas wie Verlegenheit mich überkam. Nun, sagte ich mit gemachter Nonchalance, dem Hermes werden diese Herrschaften wenig geglichen haben beim Aufrechtgehen. Wie kommen Sie auf Hermes? Verzeihung, bei meiner Erziehung auf dem Schloss wurde aufs Mythologische immer viel Wert gelegt, eine persönliche Liebhaberei meines Hauslehrers. »Oh, Hermes«, erwiderte er, »eine elegante Gottheit. Ich nehme keinen Kaffee«, sagte er zum Kellner, »geben Sie mir noch eine Flasche Vichy.« »Ein eleganter Gott«, wiederholte er, »und maßvoll als Gebilde, nicht zu klein, nicht zu groß, von Menschenmaß.« Ein alter Baumeister pflegte zu sagen, dass, wer bauen wolle, zuerst die Vollkommenheit der menschlichen Figur erkannt haben müsse, denn in dieser seien die tiefsten Geheimnisse der Proportion verborgen. Mystiker der Verhältnismäßigkeit wollen wissen, dass der Mensch und also der menschengestaltige Gott nach seinem Wuchs die genaue Mitte halte zwischen der Welt des ganz Großen und der des ganz Kleinen. Sie sagen, der größte materielle Körper im All, ein roter Riesenstern, sei ebenso viel größer als der Mensch, wie der winzigste Bestandteil des Atoms, ein Etwas, das man um hundert Billionen im Durchmesser vergrößern müsste, um es sichtbar zu machen, kleiner ist als er. Da sieht man, was es hilft, aufrecht zu gehen, wenn man das Wohlmaß nicht hält. Sehr anschlägig nach allem, was man hört, fuhr mein Tischgenosse fort, soll er gewesen sein, ihr Hermes in seiner griechischen Proportioniertheit, das Zellengewebe seines Gehirns, wenn man bei einem Gott davon sprechen darf, muss also besonders pfiffige Formen angenommen haben. Aber eben stellt man ihn sich nicht aus Marmor, Gips oder Ambrosia vor, sondern als lebendigen Leib von menschenförmigem Bau, so ist doch auch bei ihm viel Naturaltertum rückständig. Es ist ja bemerkenswert, wie urtümlich im Gegensatz zum Gehirn Arme und Beine des Menschen geblieben sind. Sie haben alle Knochen bewahrt, die man schon bei den primitivsten Landtieren findet. Das ist packend, Herr Professor, es ist nicht die erste packende Mitteilung, die Sie mir machen, aber sie gehört zu den packendsten. Die Knochen der menschlichen Arme und Beine wie bei den urtümlichsten Landtieren. Nicht, dass ich mich daran stieße, aber es packt mich. Ich rede nicht von den berühmten Hermesbeinen, aber nehmen Sie einen reizenden, vollschlanken Frauenarm, wie er uns, wenn wir Glück haben, wohl umschließt. Zum Kuckuck, pardon, ich wollte keinen Missbrauch, aber man sollte nicht denken. Es scheint mir, lieber Marquis, ein gewisser Extremitätenkult bei Ihnen vorzuliegen. Er hat seinen guten Sinn als Abneigung eines entwickelten Wesens gegen die fußlose Wurmform. Was aber den vollschlanken Frauenarm angeht, so sollte man bei dieser Gliedmaße sich gegenwärtig halten, dass sie nichts anderes ist als der Krallenflügel des Urvogels und die Brustflosse des Fisches. Gut, gut, ich werde in Zukunft daran denken. Ich glaube, versichern zu können, dass ich es ohne Bitterkeit, ohne Ernüchterung vielmehr mit Herzlichkeit tun werde. Aber der Mensch, so hört man immer sagen, stammt doch vom Affen ab. Lieber Marquis, sagen wir lieber, er stammt aus der Natur und hat seine Wurzel in ihr. Von der Ähnlichkeit seiner Anatomie mit der der höheren Affen sollten wir uns vielleicht nicht zu sehr blenden lassen, man hat gar zu viel Aufhebens davon gemacht. Die bewimperten Blauäuglein und die Haut des Schweines haben vom Menschlichen mehr als irgendein Schimpanse, wie er denn auch der nackte Körper des Menschen sehr oft an das Schwein erinnert. Unserem Gehirn aber, nach dem Hochstande seines Baus, kommt das der Ratte am nächsten. Anklänge ans Tierphysionomische finden sie unter Menschen auf Schritt und Tritt. Sie sehen da den Fisch und den Fuchs, den Hund, den Seehund, den Habicht und den Hammel. Andererseits will alles Tierische uns, ist uns nur der Blick dafür aufgetan, als Larve und schwermütige Verzauberung des Menschlichen erscheinen. Oh doch, Mensch und Tier, die sind verwandt genug. Wollen wir aber von Abstammung reden, so stammt der Mensch vom Tier ungefähr, wie das Organische aus dem Unorganischen stammt. Es kam etwas hinzu. Hinzu? Was, wenn ich fragen darf? Ungefähr das, was hinzu kam, als aus dem Nichts das Sein entsprang. Haben Sie je von Urzeugung gehört? Mir liegt außerordentlich daran, von derselben zu hören. Er blickte sich flüchtig um und eröffnete mir dann, mit einer gewissen Vertraulichkeit, offenbar nur, weil ich es war, der Marquis de Venosta. Es hat nicht eine, sondern drei Urzeugungen gegeben. Das Entspringen des Seins aus dem Nichts, die Erweckung des Lebens aus dem Sein und die Geburt des Menschen. Kuckuck nahm einen Zug Vichy nach dieser Äußerung. Er hielt das Glas dabei in beiden Händen, da wir in einer Kurve schlenkerten. Die Besetzung des Speisewagens hatte sich schon gelichtet, die Kellner standen meist müßig. Nach einer vernachlässigten Mahlzeit nahm ich jetzt ein übers andere Mal Kaffee, schreibe aber nicht diesem Umstande allein die immer wachsende Aufregung zu, die mich beherrschte. Vorgebeugt saß ich und hörte dem kuriosen Reisegefährten zu, der mir vom Sein sprach, vom Leben, vom Menschen und vom Nichts, aus dem alles gezeugt sei und in das alles zurückkehren werde. Ohne Zweifel, sagte er, sei nicht nur das Leben auf Erde eine verhältnismäßig rasch vorübergehende Episode, das Sein selbst sei eine solche zwischen Nichts und Nichts. Es habe das Sein nicht immer gegeben und werde es nicht immer geben. Es habe einen Anfang gehabt und werde ein Ende haben, mit ihm aber Raum und Zeit, denn die seien nur durch das Sein und durch dieses aneinander gebunden. Raum, sagte er, sei nichts weiter als die Ordnung oder Beziehung materieller Dinge untereinander. Ohne Dinge, die ihn einnehmen, gäbe es keinen Raum und auch keine Zeit, denn Zeit sei nur eine durch das Vorhandensein von Körpern ermöglichte Ordnung von Ereignissen das Produkt der Bewegung von Ursache und Wirkung, deren Abfolge der Zeitrichtung verleihe, ohne welche es Zeit nicht gebe. Raum und Zeitlosigkeit aber, das sei die Bestimmung des Nichts. Dieses sei ausdehnungslos in jedem Sinn stehende Ewigkeit und nur vorübergehend sei es unterbrochen worden durch das raumzeitliche Sein. Mehr Frist um Äonen mehr sei dem Sein gegeben als dem Leben. Aber einmal mit Sicherheit werde es enden und mit ebenso viel Sicherheit entspreche, dem Ende ein Anfang. Wann habe die Zeit das Geschehen begonnen? Wann sei die erste Zuckung des Seins aus dem Nichts gesprungen, Kraft eines Es-Werde, das mit unweigerlicher Notwendigkeit bereits das Es-Vergehe in sich geschlossen habe? Vielleicht sei das Wann des Vergehens nicht gar so lange her, das Wann des Vergehens nicht gar so lange hin, nur einige Billionen Jahre her und hin vielleicht. Unterdessen feiere das Sein sein tumultuöses Fest in den unermesslichen Räumen, die sein Werk seien und in denen es Entfernungen bilde, die von eisiger Leere stachten. Und er sprach mir, von dem Riesenschauplatz dieses Festes, dem Weltall, diesen sterblichen Kinder des ewigen Nichts, angefüllt mit materiellen Körpern ohne Zahl, Meteoren, Monden, Kometen, Nebeln, Abermillionen von Sternen, die aufeinander bezogen, zueinander geordnet waren, durch die Wirksamkeit ihrer Gravitationsfelder zu Haufen Wolken, Milchstraßen und Übersystemen von Milchstraßen, deren jede aus Unmengen flammender Sonnen, drehend umlaufender Planeten, massenverdünnten Gases und kalten Trümmerfeldern von Eisenstein und kosmischem Staub bestehe. Erregt lauschte ich dem, wohlwissend, dass es ein Vorzug war, diese Mitteilungen zu empfangen, ein Vorzug, den ich meiner Vornehmheit verdankte, dem Umstande, dass ich der Marquis de Venosta war und in Rom eine Comtesse Centurione zur Tante hatte. Unsere Milchstraße vernahm ich, eine unter Billionen, schließe beinahe an ihrem Rande, beinahe als Mauerblümchen, 30.000 Jahres Lichtläufe von ihrer Mitte entfernt, unser lokales Sonnensystem ein, mit seinem riesigen, vergleichsweise aber keineswegs bedeutenden Glutball, genannt die Sonne, obwohl sie nur den unbestimmten Artikel verdiene und den ihrem Anziehungsfeld huldigenden Planeten, darunter die Erde, deren Lust und Last es sei, sich mit der Geschwindigkeit von 1000 Meilen die Stunde um ihre Achse zu wälzen und, in der Sekunde 20 Meilen zurücklegend, die Sonne zu umkreisen, wodurch sie ihre Tage und Jahre bilde, die ihren, wohlgemerkt, denn es gäbe, ganz andere. Der Planet Merkur etwa, der Sonne am nächsten, vollende seinen Rundlauf in 88 unserer Tage und drehe sich eben dabei auch einmal um sich selbst, sodass für ihn Jahr und Tag dasselbe seien. Da sehe man, was es auf sich habe mit der Zeit, nicht mehr als mit dem Gewicht, dem ebenfalls jede Allgemeingültigkeit abgehe. Beim weißen Begleiter des Sirius zum Beispiel, einem Körper nur dreimal größer als die Erde, befinde sich die Materie im Zustande solcher Dichtigkeit, dass ein Kubikzoll davon bei uns eine Tonne wiegen würde. Erdenstoff, unsere Felsengebirge, unserer Menschenleib gar, seien lockerster, leichtester Schaum dagegen. Während die Erde, so hatte ich den Vorzug zu hören, sich um ihre Sonne tummele, tummelten sie und ihr Mond sich umeinander herum, wobei unser ganzes örtliches Sonnensystem sich im Rahmen einer etwas weiteren, immer noch sehr örtlichen Sternenzusammengehörigkeit Bewegung mache, und zwar keine säumige, nicht ohne, dass dieses Bezugssystem wieder mit krasser Geschwindigkeit sich innerhalb der Milchstraße tummele, diese aber, unsere Milchstraße, in Bezug auf ihre entfernten Schwestern mit ebenfalls unausdenkbarer Schnelle dahintreibe, wo doch zu dem allen diese fernsten materiellen Seinskomplexe so hurtig, dass der Flug eines Granatsplitters verglichen mit ihrer Fahrt nichts weiter als Stillstand sei, nach allen Richtungen auseinanderstöben ins Nichts, wo hinein sie im Sturme Raum trügen und Zeit. Dies ineinander und umeinander kreisen und wirbeln, dieses sich ballen von Nebeln zu körpern, dies brennen, flammen, erkalten, zerplatzen, zerstäuben, stürzen und jagen, erzeugt aus dem Nichts und das Nichts erweckend, das vielleicht besser, lieber vielleicht im Schlaf geblieben wäre und auf seinen Schlaf wieder wachte, es sei das Sein, auch Natur genannt, und es sei eines überall und in allem. Ich möge nicht zweifeln, dass alles sein, dass die Natur eine geschlossene Einheit bilde, vom einfachsten leblosen Stoff bis zum lebendigsten Leben, zur Frau mit dem vollschlanken Arm und zur Hermesgestalt. Unser Menschenhirn, unser Leib und Gebein, Mosaiken seien sie derselben Elementarteilchen, aus denen Sterne und Sternstaub die dunklen getriebenen Dunstwolken des interstellaren Raumes beständen. Das Leben, hervorgerufen aus dem Sein, wie dieses einst aus dem Nichts, das Leben, diese Blüte des Seins, es habe alle Grundstoffe mit der unbelebten Natur gemein, nicht einen einzigen habe es aufzuweisen, der nur ihm gehöre. Man könne nicht sagen, dass es sich unzweideutig gegen das bloße Sein, das Unbelebte absetze. Die Grenze zwischen ihm und dem Unbelebten sei fließend. Die Pflanzenzelle erweise die natürliche Möglichkeit, dem steinreich angehörige Stoffe mit Hilfe des Sonnenäthers so umzubauen, dass sie in ihr Leben gewonnen. Das urzeugerische Vermögen des Blattgrüns gebe uns also ein Beispiel von der Entstehung des Organischen aus dem Unorganischen. Es fehle nicht am Umgekehrten. Wir hätten die Gesteinsbildung aus tierischer Kieselsäure. Zukünftige Festlandgebirge wüchsen im Meere, wo es am tiefsten sei aus den Skelettresten winziger Lebewesen. Im Schein und Halbleben der flüssigen Kristalle spiele augenfällig das eine Naturreich ins andere hinüber. Immer, wenn die Natur uns gaukelnd im Unorganischen das Organische vortäusche, wie in den Schwefel, den Eisblumen, wolle sie uns lehren, dass sie nur eines sei. Das Organische selbst kenne die klare Grenze nicht zwischen seinen Arten. Das Tierische gehe ins Pflanzliche über dort, wo es am Stängel sitze und Rundsymmetrie Blütengestalt annehme. Das Pflanzliche ins Tierische, wo es das Tier fange und fresse, statt aus dem mineralischen Leben zu saugen. Aus dem Tierischen sei durch Abstammung, wie man sage, in Wirklichkeit durch ein Hinzukommendes, das so wenig bei Namen zu nennen sei, wie das Wesen des Lebens, wie der Ursprung des Seins, der Mensch hervorgegangen. Aber der Punkt, wo er schon Mensch sei und nicht mehr Tier oder nicht mehr nur Tier, sei schwer zu bestimmen. Der Mensch bewahre das Tierische, wie das Leben das Unorganische in sich bewahre. Denn in seinen letzten Bausteinen, den Atomen, gehe es ins Nichtmehr, ins noch Nichtorganische über. Im Innersten jedoch, dem untersichtigen Atom, verflüchtige die Materie sich ins Immaterielle, nicht mehr Körperliche. Denn was dort umtreibe und wovon das Atom ein Überbau sei, das sei fast unter dem Sein, da es keinen bestimmbaren Platz im Raum noch einen nennbaren Betrag von Raum mehr einnehme, wie es einem redlichen Körper gebühre. Aus dem Kaum schon Sein sei das Sein gebildet und es verfließe ins Kaum noch Sein. Alle Natur, von ihren frühesten, fast noch immateriellen und ihren einfachsten Formen bis zu den entwickelsten und höchst lebendigen, sei immer versammelt geblieben und bestehe nebeneinander fort. Sternnebel, Stein, Wurm und Mensch. Dass viele Tierformen ausgestorben seien, dass es keine fliegenden Echsen und keine Mammuts mehr gebe, hindere nicht, dass neben dem Menschen das gerade schon formbeständige Urtier fortlebe. Der Einzeller, das Infusor, die Mikrobe, mit einer Pforte zur Einfuhr und einer zur Ausfuhr an ihrem Zellleib, mehr brauche es nicht, um Tier zu sein, und um Mensch zu sein, brauche es meistens auch nicht viel mehr. Das war ein Scherz von Kuckuck, ein Kaustischer. Einem jungen Mann von Welt wie mir glaubte er wohl etwas kaustischen Scherz schuldig zu sein, und ich lachte denn auch, indem ich mit zitternder Hand meine sechste Nein, wohl meine achte Demitas gezuckerten Mokkas zu Munde führte. Ich habe gesagt und sage es wieder, dass ich außerordentlich erregt war, und zwar durch eine, meine Natur fast überspannende Ausdehnung des Gefühls, die das Erzeugnis der Reden meines Tischgenossen über das Sein, das Leben, den Menschen war. Möge es so sonderbar klingen, wie es will, aber diese mächtige Ausdehnung hatte nahe zu tun mit dem, oder eigentlich sie war nichts anderes als das, was ich als Kind oder halbes Kind mit dem Traumwort die große Freude bezeichnet hatte. Einer Geheimformel meiner Unschuld, mit der zunächst etwas auf andere Weise nicht nennbares Spezielles bezeichnet werden sollte, der aber von früh an eine berauschende Weitdeutigkeit eigen gewesen war. Es gebe den Fortschritt, sagte Kuckuck anschließend an seinen Scherz, ohne Zweifel, es gebe ihn, vom Pitek Anthropus Erectus bis zur Newton und Shakespeare, das sei ein weiter entschieden aufwärts führender Weg. Wie es sich aber verhalte in der übrigen Natur, so auch in der Menschenwelt. Auch hier sei immer alles versammelt, alle Zustände der Kultur und Moral, alles vom frühesten bis zum spätesten, vom dümmsten bis zum gescheitesten, vom urtümlichsten, dumpfesten, wildesten bis zum höchst und feinst entwickelten, bestehe alle Zeit nebeneinander in dieser Welt. Ja oft werde das feinste Mythe seiner selbst, vergaffe sich in das urtümliche und sinke trunken ins Wilde zurück. Davon nichts weiter. Er werde aber dem Menschen, das seine gebe und mir, dem Marquis de Venosta, nicht vorenthalten, was den Homo sapiens auszeichne vor aller anderen Natur, der organischen und dem bloßen Sein, und was wahrscheinlich mit dem zusammenfalle, was hinzugekommen sei, als er aus dem tierischen trat. Es sei das Wissen vom Anfang und Ende. Ich hätte das Menschlichste ausgesprochen mit dem Wort, es nähme mich ein für das Leben, dass es nur eine Episode sei. Fern davon nämlich, dass Vergänglichkeit entwerte, sei gerade sie es, die allem Dasein wert, Würde und Liebenswürdigkeit verleihe. Nur das Episodische, nur was einen Anfang habe und ein Ende, sei interessant und errege Sympathie, beseelt wie es sei von Vergänglichkeit. So sei aber alles. Das ganze kosmische Sein sei beseelt von Vergänglichkeit und ewig unbeseelt darum und unwert der Sympathie sei nur das Nichts, aus dem es hervorgerufen worden zu seiner Lust und Last. Sein sei nicht Wohlsein, es sei Lust und Last und alles Raumzeitliche Sein, alle Materie habe Teil, sei es auch im tiefsten Schlummer nur an dieser Lust, dieser Last, an der Empfindung, welche den Menschen, den Träger der wachsten Empfindung, zur Allsympathie lade. »Zur Allsympathie«, wiederholte Kuckuck, indem er sich mit den Händen auf die Tischplatte stützte, um aufzustehen, wobei er mich ansah mit seinen Sternenaugen und mir zunickte. »Gute Nacht, Marquis de Venosta«, sagte er, »wir sind, wie ich bemerke, die Letzten im Speisewagen. Es ist Zeit, sich schlafen zu legen. Lassen Sie mich hoffen, Sie in Lisboa wiederzusehen. Wenn Sie wollen, so mache ich dort Ihren Führer durch mein Museum. Schlafen Sie wohl. Träumen Sie vom Sein und vom Leben. Träumen Sie vom Getümmel der Milchstraßen, die, da sie da sind, mit Lust die Last ihres Daseins tragen. Träumen Sie von dem vollschlanken Arm mit dem altertümlichen Knochengerüst und von der Blume des Feldes, die im Sonnenäther das Leblose zu spalten und ihrem Lebensleib einzuverwandeln weiß. Und vergessen Sie nicht, vom Steine zu träumen, vom mosigen Stein, der im Bergbach liegt seit tausend und tausend Jahren, gebadet, gekühlt, überspült von Schaum und Flut. Sehen Sie mit Sympathie seinem Dasein zu, das wachste sein, dem tiefst schlummernden und begrüßen Sie ihn in der Schöpfung. Ihm ist wohl, wenn Sein und Wohlsein sich irgend vertragen. Recht gute Nacht.